Sehen Sie, was es Neues in Parallels Desktop 18 gibt. Optimiert für die neuesten macOS und Apple Computer. Parallels Desktop integriert das Betriebssystem Windows reibungslos auf Ihrem Mac. Führen Sie tausende von reinen Windows-Anwendungen mit nahezu nativer Leistung aus. Und bringen Sie Ihre Erfahrung auf dem Mac auf die nächste Stufe. Entfesseln Sie noch heute die Leistung von Parallels Desktop 18. Besuchen Sie parallels.com-desktop, um mehr zu erfahren. Vielen Dank.